Norddeutscher Rundfunk 2021 Heute haben wir 26 eigentlich der Ranova zu berufen. Also, jetzt spielen wir hier, oder? Ja. Wir müssen auf jeden Fall warten, bis die wieder da sind. Guck mal, wir haben noch so viel ... Ich hab aber erst nur noch viel gestrickt, falls was wir jetzt her wollen. Alles gut. Ich müsste gerne noch miesen Arsch regnen, das hätte ich verliegen. Hi, Jörg. Alles gut? Ja, ja. Ich hab' den Kopf gemacht. Ich hab' den Kopf gemacht. Ja, er hat den Kopf gemacht. Ja, er hat den Kopf gemacht. Aber ich bin auch fertig, da runter. Ich nehm' mich jetzt erst ins Kino. Ich muss ja noch mal hier wieder fahren. Ja. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich muss, dass du hier so groß bist. Ja. Aber ich, normalerweise, brauche ich ja, wenn man die Raum steigt nach Hause. Ja, da hab' ich nicht zu leben mit, denn wir müssen ja nach Amokafahrt. Ja. 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 Im Tor mit der Nummer 29 unsere kanadische Wand Taylor. Ja. 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 in der Verteidigung unsere Nummer 10, Davide. Mit der Nummer 11, Florian. Die 12 trägt Arne. Mit der Nummer 15, Marcel. Hier ist unsere Nummer 42, Petre. Im Sturm der Arza Falken. Mit der Nummer 9, Jan. Unsere Nummer 20, Henrik. Die 24, Edwin. Mit der Nummer 38, Bastian. Mit der 91, Rüben. Mit der Nummer 92, Philipp. Die 96, Rüben. Mit der Nummer 97, Philipp. Und hier ist unser Käpt'n des heutigen Abends, die Nummer 21, Jakub. Trainiert werden die Arza Falken von Josef. Freitagabend. Es ist kurz vor 8. Herzlich Willkommen im Brombergstadion zum Spiel unserer Arza Falken gegen die Beach Devils vom Timmendorfer Strand. Bereits drei Spiele haben beide Mannschaften in dieser Saison gegeneinander bestritten. Zweimal konnten die Arza Falken gewinnen und das dritte Mal siegten die Arza Falken nach Penaltyschießen am Timmendorfer Strand. An dieser Stelle möchte ich auch die mitgereisten Fans aus Timmendorfer begrüßen. Herzlich Willkommen im Brombergstadion. Liebe Gäste, hier ist eure Mannschaft. Hier ist das Team der Beach Devils aus Timmendorfer. Im Tor mit der Nummer 36, Josh Reinstein. Mit der Nummer 28, Lukas Usselmann. In der Verteidigung unserer Gäste mit der Nummer 7, Dennis Oberbeck. Mit der Nummer 39, Norman Martens. Mit der Nummer 40, Yannick Lavoie. Mit der 44, Christophers Witte. Im Sturm unserer Gäste mit der Nummer 8, Christopher Röhrl. Die Nummer 15, Marco Mayer. Mit der Nummer 16, Felix Detmer. Die 21, Jason Horst. Mit der Nummer 22, Kiel Cesar. Mit der Nummer 25, André Bakulik. Mit der Nummer 57, Patrick Sargau. Und der Kapitän, die Nummer 81, Kenneth Schnabel. Trainiert werden unsere Gäste aus Timmendorfer von André Bakulik und Matthias Schnabel. Die Nummer 50, André Bakulik und Matthias Schnabel zu treffen. Die Nummer 32,ationsstorfer von André Bakulik und Matthias Schnabel zu treffen. Und die Nummer 17,19 Schnabel zu treffen. Das ist die Nummer 17,19 Schnabel zu treffen. Die Nummer in der Nummer 35,19 Schnabel zu treffen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Applaus 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 Nummer 1! Nein, wir sind die Ohne Sie reais im Leben, der Niederschwein war der Bruder. Ich weiß, wie wir im Leben, west die Niederschweinemmung, die im Leben zu erläutern sehen. Und wirst du noch was, du hast der Niederschwein und Schwiebeln gesehen. Ich bin der Niederschwein. Das ist ein Herz. Das war's für heute. 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 18. Schiengute. Tor... Für die Haffe Die Vorlage kommt von Nummer 12, Arne. Der Torstüffe trägt die 91, Rümen! 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 Wir haben einen neuen Spielstand, Harz auf Volken! Und noch? Rümen! Danke! Danke! Applaus Das war's für heute. Applaus 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 So Ende. Das erste Spiel wird mit meinem Zustand von 2.10 Uhr für die Harzer Verrücken.